Bevor das Video losgeht, Freunde, ich habe heute, also 16.8. Sonntag um 19 Uhr für Newcomer und generell Musiker, Künstler, sonst was, habe ich eine kleine Aktion überlegt und zwar zusammen mit Azar. Das ist eine App, wo man so Live-Videos miteinander verbinden kann, sage ich mal. Ich habe mir überlegt, dass ich eine Stunde lang online gehe und auf der Suche bin nach Newcomern, nach geilen Talenten oder sonst was. Ihr könnt rappen, ihr könnt singen, ihr könnt tanzen, ihr könnt, keine Ahnung, auch Songs abspielen und lippensynchron dazu. Keine Ahnung, Alter. Macht, worauf ihr Bock habt. Kommt heute Abend, 19 Uhr. Link ist in der Beschreibung. Der zweite Link, einfach die App gönnen und das war es eigentlich auch schon. Mein Profil ist Tubo, also auch relativ easy zu merken. Und ja, die besten Leute, die ich da finde innerhalb von einer Stunde, vielleicht auch länger, wenn es mir Spaß macht, Die Besten kommen in ein Video. Also wir werden aus den Besten ein Best-of-Video schneiden. Und ich glaube, das könnte schon ziemlich cool sein. In dem Sinne, kommt vorbei heute Abend, 19 Uhr bei Azar. Let's go. So, kommen wir zu UFO. UFO 361, der nächste Song zum Album. Und ich bin unglaublich gespannt, weil auf Instagram hat man schon eine Dame gesehen, die Tiffany darstellen könnte, sollte, vielleicht ist oder vielleicht nicht oder keine Ahnung, Alter. Es ist auf jeden Fall, ja, wird heiß diskutiert. Es steht nicht dabei, aber ich gehe davon aus, dass es von Sonos produziert ist. Gehe ich mal davon aus, ne? Weil er ist ja mit Sonos gerade in Valencia. In Valencia oder Venedig? Venedig, Valencia. Valencia, egal, keine Ahnung. Playlist heißt das Ganze. Und ich bin gespannt, in welche Richtung das Ganze geht. Oh, dieses Haus wieder, wie im letzten Video, ne? Oh Gott, Alter, einfach seine Ruhe haben, ne? Digga, was ist das für eine Freestyle-Melodie gerade, ne? Einfach hochgespielt, so ein bisschen verträumt, ne? Oh, ich bin faded, immer stuck in einer Playlist. Also, ne? Es wiederholt sich und wiederholt sich immer wieder. Schöner Einstieg. Ey, der erzählt echt ne Story, ne? Er erzählt echt ne Story. Letztes Mal war er komplett alleine in dem Haus. Jetzt ist sie da mit nem Engelskostüm, sag ich jetzt einfach mal. So ein bisschen sieht's aus wirklich wie Engel und Teufel, ne? Dass er so das Dunkle, das Böse ist, das, ne? Und sie ist halt das Helle, das weiße Licht, der Engel, ne? Das Gute, das Gute in seinem Leben oder so, ne? Keine Ahnung, schön. Alter, die Stimmlage, Mann. Anders als sonst, ne? Als hätte er irgendwie seinen Mund weiter offen, so... So ein bisschen anders, oder? So lange bleibst du hier. Ja, ich bin so gerne rei mit dir. All right. Nein, ich will keinen Streit mit dir. Nein, wir dürfen keine Zeit verlieren. Ah, ah. Wichtige Line. Ich will keinen Streit mit dir. Ich will keine Zeit verlieren. Ey, ungelogen. Ich weiß nicht, wie oft ich mir die letzten Wochen wirklich sage, Alex, du hast ein Leben. Du hast ein verdammtes Leben. Sei glücklich. Mach das Beste aus allem, was du hast. Aus jedem Tag. Du bist abgefuckt. Ey, ganz ehrlich, dann ändert die Sachen, die dich abfacken und gut ist. Streite dich nicht mit Leuten, die es nicht wert sind. Nur mit Leuten, wo du denkst, okay, in Zukunft kann ich dadurch irgendwie glücklich sein oder glücklich werden oder sonst was. Ansonsten weg mit diesen Menschen, ne? Boah. Zu viele Worte, aber nichts, was mich berührt. Das ist auch so eine traurige Sache, ne? Irgendwann in einer Beziehung oder so ist man in so einer Situation, wo man sich einfach nur Sachen sagt, die aber überhaupt keine Bedeutung mehr haben, ne? Die einen irgendwie überhaupt nicht mehr berühren oder sowas. Boah, Junge, ey. Die Aufnahmen sind echt wieder lecker, ne? Wirklich, wirklich geil, Alter. I am the best steht hinten drauf, ne? Geil, Alter. Aber auch geil, dass er irgendwie sein Dingens, äh, angepasst hat, ne? So dieses gestreifte Pulli-Dings da, was so ein bisschen nach Segelklamotten aussieht. Und dann mit so einem, ja gut, das ist jetzt kein Segelschiff, ne? Aber so, ja, schon. Der Junge weiß, wie er sich zu positionieren hat in dem Video, ne? Und die Scheiße fickt mich daily. Ich ruf dich an, wenn das okay ist. Ja. Wenn das okay ist, schreib ich, weiß das jede Nacht für dich. Zwischen uns ist Magic Bild, zumindest dachte ich. Ja, ich frag mich trotzdem, Baby, warum klappt es nicht? Ich frag mich bis heute, ne? Was hat diese, diese, diese Position, so wie er da steht, was, heißt das für ihn irgendwas? Weil das macht er ja ständig, ne? Bedeutet das was? Hab ich da irgendwas nicht, irgendwie irgendwas nicht mitbekommen oder so? Er steigt in den Himmel auf. Pinguin. Oh, ich darf einfach nicht den Chat fragen, Mann. Fliegen oder so. Ja, okay, sowas kann ich vielleicht verstehen, so von wegen, er steigt auf. Ja, okay, er ist stay high, ne? Er will high oder so, aber Pinguin hat mich ja jetzt abgeschossen, Alter. Oh. Oh. Okay, fuck it, it's you sad, baby. Stapel, Mann, ich stapel Cash. Aber merke, dass du fehlt. Alles andere nicht echt. Für dich. Boah, Junge, Alter, dieses Video, ne? Iron Man. Stimmt, Iron Man könnte auch sehr gut. Passt, äh, sehr, sehr gut, äh, passen, ja. Noch ein Zip von dem Gift, weil mich fickt, dass du immer noch nicht hier bist. Mal das. Baby, komm mit mir auch, wenn wir beide immer noch nicht wissen, wo das Ziel ist. Ja. Ey, ich wüsste mal gerne, wie man das wirklich zu interpretieren hat. Dass sie halt immer wieder auftaucht, aber immer halt so andere Farben anhat, jetzt gerade auch Gelb, vorhin halt als weißer Engel und so weiter. Steht das einfach nur dafür, dass sie halt noch nicht da ist oder nicht in seiner Nähe ist oder sonst was und er halt einfach immer alleine ist, aber immer an sie denkt und sie taucht halt immer auf irgendwo oder ist in seinen Gedanken da oder sowas. So ein bisschen wie Ghost-Nachricht von Sam oder irgendwie sowas. Oder ist sie wirklich da? Oder was? Ich bin völlig verwirrt. Der Text in der Hook ist auf jeden Fall eingängig. Bleibt direkt im Kopf. Ständig neue Facetten oder er vermisst immer etwas anderes an ihr. Wisst ihr, was ich meine? So im Schiff halt seine Partnerin da und beim Haus, wo er alleine war, eigentlich im letzten Video, so das Gute fehlt ihm da, dass sie ihn wieder runterzieht. Und so auf dem Schiff war es so die Unterhaltung, jemand, der mit ihm das genießen kann, beim Haus nicht alleine sein, beim Autofahren, keine Ahnung, sowas wie ein Schutzengel oder irgendwie sowas. So mehrere Sachen, die ihm einfach fehlen. Vielleicht spielt sich sowas irgendwie so? Mega schönes Video. Ah, das waren 2 Minuten 40, ging ja mega schnell um. Warum ist das immer so, ständig, 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 dass am Ende die geilsten Beats kommen irgendwie gefühlt? Warum ist das so? Alter, wie viele, wie viele Instrumente da drin sind und trotzdem klingt es nicht überfüllt, sondern immer noch extrem schön. Das muss man erstmal hinkriegen. Props an Sonos, Alter, das muss man erstmal hinkriegen. Oha! Junge, interpretieren war noch nie so schwierig wie heute. Noch nie. Also ich verstehe das immer noch nicht so ganz. Ist sie da? Ist sie nicht da? Ich weiß gar nicht. 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 Untertitelung. BR 2018